Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario RPG und auf dem Schiff von Jonathan Jones. Wir gucken mal, was wir hier stehen haben. Hier hängt eine Logbuchseite, dann lesen. Das ist das Ende. Ein monströser Riesenkeimer hält unser Schiff in Klammergriff. Und wir beginnen zu sinken. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Hier hängt eine Logbuchseite. Das Ungetüm ist im Schatzraum eingesperrt. Die Schätze werden zwar mit dem Schiff sinken, doch das ist mehr als einerlei. Gut, dann, äh, doch, speichern. Irgendeine Logbuchseite. Ja, die Schatzraumtür ist mit einem Kennwort aus sechs Buchstaben gesichert. Sechs Hinweise muss jeder, äh, jener finden, der eintreten möchte. Hey. Komm her. Au. Wow. Okay. Okay. Wien schweinig. Okay. Oh, schon down. Ah, level up for Peach. So, level 12. Sehr gut. Und, kriegst das. Hier wird der Boost natürlich größer, ne? Er kriegt nur das. Na, komm her. Können wir sie anzugreifen? Kann ich jetzt gerade für Läufer, hat sie ganz schön wieder was verloren. Runtermacher, nehme ich. Na, komm her. Kannst du. Will triggern. Aber, ne. Schon wieder nehmen. Wow, war das viel Schaden. Jetzt hat er eine Mario-Puppe. Die endlich da ist. Wie cool ist das denn? Und, äh, ja. Mal fertig dann. So, Glück haben wir auch noch. Schön. Mal fertig. Ah, mal cute. gunsch. Schmer ich gleich. Schmerz. Say. 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 Oh, mehr Erfahrung und zwei Level-Ups. Ich soll eigentlich das nehmen, ne? Weil der Bonus größer ist, aber... Ja, das sieht voll zufrieden aus. So, das bringt mir viel, das bringt gar so wenig. Nur das hätte ich eh genommen. Wir brauchen also verschiedene Sprechen. Du hättest nur einen morschen Knochenhaufen vor dir? R-Turm-Freundchen. So, das ist schon mal hinüber. Glück haben wir auch noch. Süß. Wir kassieren auch nicht, ne? Aber... Auszeitenturnier war auch ordentlich. Ja, das ist schon mal. Meine Güte, wieso sterben die nicht? So, dann. Halt an der Pfau. Entweder haben die extrem viel aus oder wir machen hier einfach keinen Schaden. So, dann. 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 So, was kann ich dagegen tun? So, dann. 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 Seht eigentlich gut aus, muss ich sagen. So geil. So, der ist schon mal weg. Vielleicht habe ich aber trotzdem die Gruppenknobel. Toll. Aber er heilt sich. Wechsel? Weiter. Wechsel. So. Okay noch. Ah. So, bleibt Geno jetzt gewechselt oder kommt Poser jetzt automatisch wieder rein? So. Ah, okay. Der bleibt gewechselt. So. 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 Okay. So. 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 Besonders anfällig. Greifst du sie mit diesen Elementen an, erleiden sie extra viel Schaden. Okay, die Knochenknochen muss ich so besiegen. Jetzt habe ich gar keine Chance, scheinbar. So, Maximum Quilz. Okay, mehr Angriff, mehr Abwehr, ja. Wiederkehr. Peacher, die Technik Wiederkehr erleben. Lebe ein Verbündnis wieder... Oh. Nett. So, was haben wir hier? Sechs Hinweise warten auf dich. Ein jeder von einer anderen Person. Wäre sicherlich völlig unmöglich zu entschlüsseln. Toll. Oh, Ratten. Komm her, die ist mir rosa. Ja, war das ein bisschen anfällig auf solche Magieanwürfe. Einfach umgeboxt. Glück haben wir auch noch. Perfekt. Und geschafft. Klar, machen wir ab. Ah, mehr Münzen. Ach, hier, komm. Oh, wie viele Ratten sind das? Äh, Rattozo und Enigmax. Ich bin extra zu perfekt. Okay, komm da. Medium-Pilz. Medium-Pilz. Und noch mehr Ratten. Was war das denn? Was war das denn? rig-Pilz. Ja. Oh, jetzt ist das. Ähm. Ja, da bin ich noch nicht ganz. So, danke. Ich bin schon mal weg. Oh, Mario, nimm wieder. Medium Prince. Ah, komm, her. Danke. Oh, schon dauernd. Sehr geil. Und auch der ist weggeklatscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier steht wieder mal Schnitzel hier. Oh, okay, now. Oh, no. Oh, okay, lose. ein geht aber noch vom schaden mit glück haben wir auch noch warum hat er ganz frisch gemacht das hat ein bisschen nachgewackelt aber man kann es auch super gut nachverfolgen von daher eigentlich noch ganz gut so 15 schon nicht auf aber den kann man auch mitnehmen auch wenn man also wieder folgen schön um direkt down so sehr schön ist es aber hier Ah, nicht ganz. Auch zu weit weg. Ja, schade. Oh. Nein. Okay, gut. Das probieren wir nächstes Mal nochmal weiter. Ich will wissen, was ich da kriege. Den Schalter. Okay, der ist schön aktiviert. Das müssen wir auch auf jeden Fall machen, sonst kommen wir bestimmt nicht weiter. Aber wir probieren das beim nächsten Mal ein bisschen. Gut, dann bleiben wir hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.